Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fishing Hacks. Ich bin Ino und heute zeige ich dir, wie du mit deinen Gummiködern mehr Fische fängst. Was du machen kannst, falls du viele Fehlbisse hast oder die Fische nicht so richtig in Fahrt kommen bzw. um deine Fangfrequenzen etwas zu erhöhen, sind drei Optionen. Zum einen kannst du deinen Köder mehr Druckwellen verleihen, zum anderen kannst du optische Akzente setzen und als letztes kannst du noch am Geruch deiner Köder arbeiten. Wir beginnen mit dem ersten Thema, den Druckwellen. Diese sind besonders dann wichtig, wenn das Gewässer trüb ist, ihr also der Seitenlinienorgan der Fische mehr ansprechen wollt oder auch dann, wenn ihr im klaren Gewässer viele Fehlbisse bekommt. Druckwellen am Seitenlinienorgan der Räuber sorgen meistens für sogenannte Reaktionsbisse. Das heißt, Hechte, Barsch und Zander gucken sich die Köder gar nicht so richtig an, sondern aufgrund dieser starken Druckwellen werden sie zu einem Reaktionsbiss verleitet. Das sind meistens sehr, sehr starke Anbisse aus dem Nichts, die euch fast die Rute aus der Hand haben. Solche Druckwellen könnt ihr an euren Gummifischen deutlich erhöhen, indem ihr mit sogenannten Screwing Blades arbeitet. Das sind eigentlich Spinnerblätter, die ihr auf verschiedene Weise an euren Gummifischen montieren könnt. Wir haben hier drei verschiedene Spinnerblätter, die ich euch vorstellen möchte. Zum einen haben wir zwei verschiedene Formen. Da haben wir einmal das sogenannte Willow Leaf, also ein schmales Weidenblatt, Spinnerblatt mit einer sehr, sehr hohen Frequenz. Und wir haben einmal das sogenannte Colorado Leaf, ein breiteres, kürzeres Spinnerblatt mit einer geringeren Frequenz, aber einer stärkeren Druckwelle. Weitere Unterschiede zwischen beiden sind, dass das Colorado Leaf auch bei geringerem Tempo schon sehr, sehr stark dreht, während das Willow Leaf etwas mehr Tempo braucht. Hingegen kann im krautigen Wasser das Willow Leaf besser eingesetzt werden, weil es etwas weniger Kraut fängt als ein Colorado Leaf. Was in eurer Situation das Beste ist, solltet ihr einfach mal ausprobieren. Zum Teil entscheidet tatsächlich die Frequenz der Druckwellen über bis oder nicht bis. Von daher ruhig mal beides mit ans Wasser nehmen und auf jeden Fall austesten. Als dritte Variante haben wir hier noch so ein Twin Blade, also ein doppeltes Spinnerblatt, auch wieder als Willow Leaf gestaltet, was hier eine etwas andere Aufhängung hat. Dieses System ist für Offset-Haken, also zum Soft-Jerken oder zum Angeln im Kraut gedacht. Wie das Ganze montiert wird, zeige ich euch jetzt. Die Montage der Screw & Blades ist denkbar einfach. Sie haben eine kleine Metallschraube, mit der sie sich in jedem Gummi versenken lassen. Das einzige, was ihr entscheiden müsst, ist, wo am Gummifisch ihr diese montieren wollt. Klassischerweise montiert man sie in der Bauchregion ungefähr auf Höhe des Hakenaustrittspunktes. Das macht man deshalb, weil das Spinnerblatt meistens den Punkt markiert, an dem dann auch der Anwiss stattfindet und den möchte man natürlich in Nähe des Hakens haben. Das Ganze würde dann so aussehen. Dabei müsst ihr aufpassen, dass ihr das Spinnerblatt nicht zu nah am Schwanzzeller des Gummifisches anschraubt, sodass sich die beiden in die Quere kommen. Dann würden beide Effekte, die ihr im Wasser erzeugen wollt, sich gegenseitig ausheben. Eine andere Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel mit großen Gummis oder auch mit Zusatzdrilling fischt, ist es, das Blade in den Schwanz des Gummifisches zu montieren. Das sieht vielleicht an Land erstmal ein bisschen komisch aus, hat aber den Effekt, dass ihr neben der normalen Schaufelschwanzaktion des Gummifisches auch noch einmal einen optischen Effekt hinter dem Gummifisch produziert, sowie eine weitere hochfrequente Druckwelle. Es kann hierbei passieren, dass die Fische verstärkt auf den Schwanzbereich des Gummis beißen. Sollte das der Fall sein, dann wechselt die Position des Spinnerblattes auf jeden Fall aus. Eine weitere Möglichkeit, das Spinnerblatt zu montieren, ist oben auf den Gummifisch. Das solltet ihr allerdings nur dann tun, wenn ihr mit Zusatzdrilling in der Bauchregion arbeitet. Bei Jighaken würdet ihr Probleme bekommen, dass sich Spinnerblatt und Haken in die Quere kommen und ihr damit entweder ein nicht laufendes Spinnerblatt habt oder eben keine Bissausbeute mehr. Dieses Twinblade hat eine ganz besondere Aufhängungsform. Es ist verbunden mit zwei Gummischenkeln und in der Mitte einer Verdickung mit einer kleinen Öse. Die ist dafür gedacht, dass man sie auf den Haken-Schenkel eines Offset-Haken schiebt. Wenn ich den Offset-Haken hier also mal so halb demontiere, kann ich unsere Spinnerblätter einfach drauf schieben, so, sodass sie hinten am Offset-Haken knähen. Dann führe ich den Haken ganz normal wieder in den Köder ein und bringe die Spinnerblätter in die richtige Position. Ich würde euch empfehlen, das Ganze eher weiter unten am Offset-Haken zu machen, damit auch hier sich Schwanz-Teller und Spinnerblätter nicht in die Quere kommen. Besonders empfehlen kann ich euch diese Montage mit Soft-Shirts. Wenn ihr also Gummifische benutzt, die ein Pintail haben, über keinen Schaufelschwanz verfügen, dann bekommt ihr durch diese Spinnerblätter eine sehr langsame, taumelnde Absinkphase mit einem hochfrequenten Drehen dieser beiden Willow-Leaves. Auch wenn Spinnerblätter neben den Druckwellen natürlich auch bereits optische Akzenter in eurem Köder setzen, da sie sehr stark Sonnenlicht reflektieren, kann man da noch einen drauflegen. Mit sogenannten Scent-Markern, also geflaverten Markern, könnt ihr zusätzliche UV-Farbe auf eurem Köder bringen. Dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Neben sogenannten Strike-Points, also auf Hakenhöhe gesetzten farbigen Akzenten, die die Fische zum Anbiss an dieser Stelle überzeugen sollen, könnt ihr eure Fische je nach Gewässersituation, Trübung und auch Tageslicht komplett neu einfärben. Diese Farben halten sehr sehr lange, mehrere Angeltage, gleichen nur langsam aus und sind somit wirklich eine Erweiterung eures Farbenspektrums. Zudem sind die Gerüche sehr sehr stark, sodass auch diese lange am Köder haften. Passt auf jeden Fall auf, dass ihr euch damit nicht auf die Finger malet. Wir haben verschiedene Geruchsformen hier, und zwar einmal Shrimp-Aroma, dann haben wir noch Köderfisch, wir haben Krebs und wir haben Knoblau. An manchen Tagen sind zusätzlicher Geruch, Druckwellen und optische Reize das Richtige. Wenn das nicht passt, habe ich noch einen zusätzlichen Tipp für euch. Und zwar könnt ihr auch dafür sorgen, dass euer Köder noch mehr Geräusche macht. Das erzeugt ihr, indem ihr kleine Glasrasseln in euren Köder steckt. Diese sind extra für Gummifische produziert, haben eine spitze Seite und kleine Metallkugeln in sich und können letzten Endes überall im Köder angebracht werden. Eine Möglichkeit ist es, die Glasrassel einfach an der Schwanzwurzel des Köders anzubringen und dort mit Druck einzuführen. Das führt dazu, dass bei jedem Anjicken des Köders und bei jedem Absinken des Köders das Ganze ein Rasselgeräusch macht. Bei großen Gummifischen hat es sich auch bewährt, dass ihr diese Rassel im Schwanzbereich des Köders anbringt. Also in dem Bereich, in dem der Köder sowieso die ganze Zeit Bewegung macht. Das geht natürlich nur bei Ködern so ab 15 cm ungefähr, die genug Gummistärke hier hinten in der Schwanzwurzel haben. Für heute sind wir leider schon wieder durch mit Fishing Hacks. Alle Produkte findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Ich freue mich, wenn ihr uns ein Abo da lasst, genauso wie natürlich einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Konstruktive Kritik, Fragen und auch neue Themenvorschläge wie immer in den Kommentaren. Unter allen Kommentaren verlose ich heute ein Paket zum Köder-Tune. Ihr bekommt eine Packung Marker in dem gewünschten Geruch. Ihr habt die Auswahl zwischen Shrimp, Knoblauch, Köderfisch und Krebs, eine Packung Screw-In Spinner Blades, eine Packung Glasrasseln und eine Packung Twin Blades für Offset Haken. Macht's gut, viel Spaß am Wasser! Spannende Blades Spannende Blades Untertitelung des ZDF, 2020